hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play together seven days to die mir lieben sirakumori die gerade 207 meter von mir entfernt ist hallo und irgendwie so halb am einschlafen ist so müde ja irgendwie ja müde halt so mal nach hier nach beenden und dann dass du ins bett gehen kannst ja okay das ist nur noch diese folge die morgen also am montag für uns ist es morgen rauskommt und danach kommt erst mal nichts mehr genau alles weg hoch wie kommst du da noch am schlafen die bett die haben neue geräusche eingefügt die eklig sind und irgendwie hat sich ein zombie hier rausgepackt ja der hat sich recht rausgepackt der war vorher nämlich noch nicht da gewesen außer war oben auf dem dach kann auch sein was sind hier komische geräusche das gefällt mir nicht was ist das das klingt als würde jemand die ganze zeit mit mülltonnen umschreißen ich glaube die haben neue geräusche eingefügt hast du gerade geschossen ja ich glaube ich höre deine schüsse bis hier hinter okay ich glaube das ist das was ich die ganze zeit höre das da hörst du auch so ganz leise und gedämpft ich habe jetzt gerade eben eine waschmaschine auseinander genommen nee das habe ich jetzt nicht gehört weiß nicht was ich davon halten soll du bist durstig trinke was ich gehe mal zu meinen le motorrad aber vorher muss ich glaube ich mich um einen zombie kümmern der mich nervt also ich hatte jetzt die ganze zeit noch gar keine zombies ja ist ja auch alle bei mir wahrscheinlich gerade scheint so ja bei mir ist gerade ich muss mich an dieser wand abstützen ich mir ist das leben so schwer oh mein gott alles so schwer mein leben ist ja so schwer ja und ich bin der einzige auf der welt der das so schwer hat genau du bist der einzige jemand hat alle anderen haben voll einfach in ihrem leben nur ich nicht genau so heulen übrigens sehr oft irgendwelche leute rum ich zum beispiel nein natürlich nicht oh mein gott ist ja alles so so schwer mein leben ist die reinste qual du bist die reinste qual du auch sind wir nicht alle eine qual wir tun meistens nur so als wären wir es ich bin keine qual ja genau das wäre mir auch nicht mehr los oder ja nah luft tue vor sicht tue es ist ja keine tür mehr jetzt nie mehr ja jetzt ist es open open sind das ist sehr stabiles und graut klar 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 logisch ja klar ja ich räume gerade hier noch nie noch einen laden aus wo ein tresor sie geht plünen ja ohne dich warte mal ich hab doch hier ich hab doch hier was in der tasche genau benutzen was zum nasche ja jetzt müsste rein theoretisch das schloss knacken funktionieren ohne dass ich da meinen also da zu 100 prozent funktionieren ich hatte tatsächlich recht mit dem nasche oder was ja ja steht auch dabei was es macht jetzt wo man diesen 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 es funktioniert sogar wirklich cool cool warum sollte es auch nicht funktionieren ein jagdmesser stufe 2 gold ein jagdmesser mission oh das jagdmesser kannst du mir geben ich hab nur level 1 dann gebe ich dir das jagdmesser das jagdmesser aber vorher gucke ich mich noch hier oben was hier noch so ist jetzt ist vorbei ja vorbei juni mond ich bin hunde müde gerade mir fallen die augen zu das ist schlecht was ist das da das eine falle weiß ich nicht tritt mal truf okay das ist so so ein längliches teil mit drei mit drei doppelchen oben drauf ein längliches teil mit drei doppelchen oben drauf ja wow was für eine super gute beschreiben anders da kann ich nicht beschreiben tut mir leid so ein längliches teil mit drei doppelchen oben rauf wie soll es denn sonst beschreiben mensch keine ahnung gut lässt sich halt schwer beschreiben tut mir leid ja jetzt in diese kackmauer hier bitte noch naja wir haben sie sehr lange gemacht warum weil ich hier gefühlt ewigkeiten dran entlang buddel gerade ach so ich habe gerade stahl bekommen ja auto hey dann kannst du mir den herzenfakt verpassen weil mich die luft befördern ich freue mir so tür lange hältst du nicht mehr aus habe ich gemacht da ist auch nichts ja nüßt ja nüßt ja nüßt zerlege ich halt das auto halte ich für eine gute idee jetzt noch tote hose besser tote hose als ein party ohne ende so kommen wir mal wieder hier raus sagte das haus nö im moment noch nicht weil ich noch keine aussage habe um wieder rauszukommen den regulären weg gehen können aber das wollte ich nicht aber hier kann ich da ist aber hier gibt es ein bisschen mehr metall das muss ich mir merken dann tue dat also hast du mich jetzt erschreckt was hast du gesagt dass ein zombie mit motor angefahren kommt ich das weiß ich das sah aus als würde irgendwas auf mich zu gerannt kommen jetzt kannst du da mal an den links gehen da ist die beiden rezepte drinnen rezept ok das mining dingens habe ich schon ok ich habe gerade nicht damit gerechnet dass du jetzt schon nach hause kommen tust ja wann soll ich sonst kommen ja weiß ich doch nicht und ich bin gerade todmüde ich bin ihr wenig so ganz bei der sache gerade da habe ich nicht so schnell dran gedacht dass du das ja sein könntest also bitte gerade nicht wundern wenn ich vielleicht etwas schweigsam bin ich habe irgendwie keine ahnung jetzt seit zehn minuten oder so so ein so negativ punkt wo ich irgendwie wirklich im sitzen einschlafen könnte das kann ich aber habe ich tatsächlich nicht oft aber wenn ich dann mal habt dann ist das teilweise echt krass ist ich doof metall da kann es jetzt auch durchaus mal passieren dass ich etwas verpeilt bin nur etwas ja etwas weil ich bin für gewöhnlich nicht so verpeilt genau ich höre schritte und ein ja ich will das zeug verkaufen was wir nicht brauchen ja dann du das ich bin auf dem weg mit bett habe ich ja als wenn ich zu fuß laufe weil ich vollgepackt bin der ist total erschöpft die arme sau hier no der arme ich bedauere immer mehr zeit habe wenn so was könnte ich dir denn noch verkaufen eigentlich gar nichts mehr davon was ich noch habe verkaufe ich warte mal hier bis ich wieder aufgeladen bieten gut hat man wieder durch hat wieder gestöhnt wie abgehackt war das in dem keine ahnung bei mir war es normales lang sehr interessant ja bei mir hat sich das angehört auch mein halbz meine halb so viel gelabert die letzten tage eigentlich nicht aber es ist bei mir mittlerweile normal dass ich nicht mehr die normale stimme habe ja solltest du vielleicht endlich mal gucken lassen und guck ich guck ich habe mir lasse kaffee gekriegt lecker lecker me lasse me lasse sein ja lasse sein ich besser ich besser ich besser ja ach genau du wolltest ja von mir noch was haben ach ja wollte ich das ja du wolltest gehst du dann noch mann höre schritte hä da liegt es doch da vor dir ah da liegt es ich habe nämlich gar nicht gesehen dass du irgendwas abgelegt hast es wieder hä ich habe gerade nach so einem beutel gesucht ein beuteli habe ich noch platz weiß ich nicht ja ein platz habe ich noch ein platz ich brauche ausdaue ich habe judes wasser gesoffen ganz judes wasser num 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 Also jetzt haben wir definitiv genug Eisen erstmal für die nächsten paar Sekunden. Das dauert noch ein Momentchen. Ja genau, ich habe noch Chitons bekommen. Chitongse, Chitongse. Ich habe auch noch schimmeliges Brot. Lecker. Extra für dich. Dankeschön. Nur für dich alleine. Das freut mir. Na komm, geh schneller. Jetzt haben wir 400, wir haben jetzt bald etwas mehr als 400 Eisen. So ungefähr fast 600 Eisen endlich drin. Juhu, klingt super. Ich habe noch nicht mal alles rein, was ich zu Eisen verarbeiten kann. Oh, klingt noch viel besser. Besser. Ich habe auch noch zwei Herausforderungen bekommen. Die tue ich mal ins alte Waschbecken rein. Die spülst jetzt Abflussrunde. Ja. Na komm, mach doch mal schneller, Mann. Schneller. Übrigens haben wir 6367 Messing drin. Yay. Und das Einzige, was wir draus machen können, sind Patronen. Ja. Hülsen. Ja. Hülsen. Das lohnt sich so ein bisschen. Mega. Total, ja. So. Noch mehr Eisen. Und ich hab noch mehr Messing einstecken. So, was brauche ich noch mal? Klebeband, Leder, mechanische Teile, Geschmiderstahl. Leder. Leder. Klebeband. Die Teile da. Das da. Ich nehm die sich jetzt aber auch mal mit. Ich glaub, die brauchte ich nämlich auch noch. Ich hab's vergessen. Was fehlt denn? Ja, nix. Nischt. Ja, fehlt auch nix. Und ich hab's nur noch 10 Stahl übrig. Juhu. Juhu. So, für den... Yay, die erste Schicht ist weg. Yay. Ach, jetzt eine kurze Ausdauerpause. So, für Rad brauche ich... Was war's nochmal gespielt? Äh, äh. Eisen, Kunststoff, Öl, Kohle, Flasche Säure. Säure. Eisen. Kunststoff. Säure. Öl. Hohle. So, wir haben wenigstens schon mal die vier Räder. Juhu. Die Lampen haben wir auch. Lampen haben wir noch. Lampen haben wir auch, ja. So. Ausdauer. Das dauert ungefähr noch ne Minute. Dann sortier ich mir eben mein Zeug in den Taschen ein. Jo, gute Idee. Die sind da vorne eben vorbeigerannt. Bestimmt wieder ein Kanickel. Hasi. Irgendwas stirbt mit Hasi nicht. Das ist ja ne Mod. War Tierfett auch bei tierisches, ne? Ja, logischerweise. Neh, bei kochen. Bei kochen? Okay. Äh, du meinst Gerichte oder meinst du... Zutaten. Zutate. Zack. Nochmal Fleisch. Äh, okay. Fleisch. 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 Was ist das? Kartoffelsaat? Samen. Ja, ja, ich weiß. Samen. Äh, Flasche mit Säure war Kleinteile, wenn ich mich nicht ganz in der Sinne noch ne? Jupp. Genauso wie das restliche Öl. Und ich glaub die elektrischen Teile und die mechanischen Teile auch, ne? Mhm. Elektrisch, mechanisch. Die Batterien auch? Die eklischen Teile. Die Batterien auch? Die waren, glaub ich, Bauteile. Baumaterial. Bauteile. Bauteile gibt's hier nicht. Ah, doch da oben. Ja, ich wollt grad sagen. Ich hab's jetzt erst hier sehen. Äh, Kunststoffabfall war... Rohstoffe. Ich bin so müde, dass ich mich nicht mal davor erschrecke. Kohle war auch Rohstoffe, ne? Ja. Ja, und ich erschrecke mich überhaupt nicht davor, also. Leder war tierisches, tierisches, ne? Ja. Äh, geschmiedtes Eisen ist... Rohstoffe? Nee, siehste, lieber Robert, es bleibt bei 5. Und nicht Level 6. Äh, ist Holz nicht baum... Level 6 kann man offensichtlich nur finden. Also, ich glaub, Holz war auch Baumaterial, ne? Ja. Nee, Holz ist Rohstoffe. Holz ist Rohstoffe, okay. Baumaterial kommt alles rein, wo du zum Beispiel Wände mitbaust. Zum Beispiel die Holzframeblocks oder sowas. Und was ist mit jetzt mit, äh, geschmiedetes Eisen? Das ist Rohstoffe. Also war ich noch richtig bescheuert. Äh, verrottetes Fleisch war Gerichte? Nee. Nein, seit wann kannst du Gammelfleisch essen? Ja, wo waren das jetzt nochmal drin, ne? Bei tierisches hatte ich das immer rein. Okay. Weil das ja auch hauptsächlich von den Zombiebären und sowas kommt, weißt du? Ach so, das ist das schimmelige Brot war bei den Zutaten, glaub ich, mit drin, ne? Ähm, Medizin. Medizin? Okay. Irgendwo war es mit drin, ich weiß mehr wo. Ja, weil da mach ich Medizin drauf. Munition, hier ist die Vieren... Hier ist die Magnum mit drin, ne? Das Klebeband war Kleinteile. Ja. So. 22 Uhr, äh. Dem Elasicafé ist getränkt. Ich habe heute den ganzen Tag noch kein Zombie getroffen. Die wollen halt da zu dir. Ja, es kommt mir ganz recht, da kann ich in Ruhe bauen. Ja, jetzt bin ich aber wieder hier. Ja, doof, ne? Mhm. Und das Messing schmeiß ich in den Ofen rein. Ja. Dass in den nächsten 5000 Stunden dann geschmolzen wird. Genau. Ofen! So, wir haben 589 Eisen drin. Wow, doch so viel. Das ist nicht grad wenig. Oh, Junge, kannst du mal aufhören so zu schnaufen? Okay. Nach jedem Spatenstich. Achso, du meinst Seam, ich hab gerade meinst mich. Hä? Bist du ein Junge oder was? Ja. Toll, jetzt hab ich auch noch Hunger. Schön. Wenn's kommt, dann Dicke. Es lang nicht die Dicke kommt. Weißt du, gleich knicke ich um und breche mir noch ein Bein. Ne, da kommt ein Wolf und greift sich von hinten an. Bloß nicht. Das letzte Mal hat mir schon gereicht, wo ich von dem Mauerchen oben runter geplumpst bin und wo direkt hinten dran Wolf gewartet hat. Das hat mir das schon gereicht, ey. So, dann haben wir das jetzt auch fertig. Das war genug. Das da. Ach, verdammte Sch... Schnittfluche. Mist. Mistus. Jetzt hab ich irgendwie Lampen reingetan. Und weiß nicht mehr, wo. Nee. Ich hab hier drunter geschmissen. Oh, ich glaub, ich komm hier auch nicht mehr die Treppe. Äh, die Treppe sag ich. Die Leiter hoch. Die Leiter hoch, ja. Ich muss außer rum. Dumm, die Dumm. Nur vorne haben wir keine Leiter. Äh, doch. Achso, von... Oh. Ich sehe die Bredouille. Nee, so kommt man nicht mehr hin. Aber ich habe da schon eine Idee, wie wir das später beheben, zumindest. Ich hab da nämlich auch so über den... Über den Graben hab ich da nämlich so ein... Äh, Sachmiss. Äh. Äh. Genau. Genau das. Mir fällt grad dieser Begriff nicht ein. Äh. Huh. Wäre nicht, wenn ich die ganze Zeit mit dem Kopf dran dotze. Ah, jetzt so. Ah. Oh. I'm at home. Dringend essen. Ah. Schnambulierung. Hat du Steine? Oh oh. Schade. Schokolade. Apropos. Ich habe mir eine Packung Schnickers gekauft. Wie kannst du nur Schnickers kaufen? Sind lecker. Ich habe Knoppers. Ich kann schon nur Knopper kaufen. Das waren die dunklen Knoppers. Die Gummischen. Die Gummischen. Die Gummischen? Was sind die Gummischen? Die Dummen. Hä? Die Dunklen. Ja, ich weiß. Ich die Dummen. Wir sind bei 30. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.